Mit dieser Überraschung hat niemand gerechnet. Giovanni Zarella wird nicht nur wie gewohnt seine Giovanni Zarella Show moderieren, sondern ist auch nun der neue Coach der 13. Staffel von The Voice of Germany. The Voice of Germany hat für die 13. Staffel neue Änderungen angekündigt und damit eine komplett neue Jury aufgestellt. Sat.1 hat sich für den Schlagersänger Giovanni Zarella entschieden, zusammen mit dem Weltstar Ronan Keating, den Brüdern von Tokyo Hotel und der Rapperin Shirin David. Giovanni wurde 2002 in einer Castingshow berühmt und kann am besten verstehen, wie sich die Teilnehmer fühlen, wenn sie bei einer solchen Musikshow mitmachen und alles geben. Giovanni Zarella selbst scheint mehr als glücklich über seinen neuen Job als Coach zu sein und freut sich auf die neuen Herausforderungen. Wir hoffen aber, dass er noch Zeit findet, seine eigene Musikshow zu moderieren und uns weiterhin mit toller Musik zu unterhalten. Schreibt mir in den Kommentaren, wie ihr es findet, dass Giovanni Zarella der neue The Voice of Germany coached ist.